Kleines Update zum gestrigen Video. Schreibt mich am besten privat auf YouTube per PN an und dann gucke ich einfach mal, was ihr bisher so gemacht habt und dann sage ich euch eben, ob ich Bock auf einen Opener von euch hätte. Das wäre auf jeden Fall ziemlich hilfreich und cool. Also wie gesagt, es haben sich am ersten Tag schon sehr, sehr viele Leute beworben und ich hatte richtig viel Stress auf Facebook. Das sage ich auch jetzt gleich schon mal, wenn ihr keine Antwort von mir erhaltet, dann heißt es, dass ich euch aus irgendeinem Grund nicht nehmen werde. Das kann jetzt vielleicht am Rapskill liegen, kann aber auch einfach irgendwas total anderes haben, wie zum Beispiel die Audio, das Video, wobei das Video eher weniger halt die Audio, die Mische. Das kann halt irgendwelche Gründe haben oder dass mir das einfach subjektiv nicht gefällt, weil das ist natürlich auch eine subjektive Entscheidung. Und wenn ihr jetzt keine Antwort erhaltet nach einer Zeit, dann heißt es einfach, dass ich euch nicht ansprechend genug fand. Das sage ich auch jetzt gleich schon mal, also ein Video ist Pflicht. Es haben sich ja schon Leute bei mir beworben und wie gesagt, ein Video ist Pflicht, ohne Video geht das Ganze nicht. Ich erwarte jetzt keine 4K krassen Sachen oder so, aber ein kleines Video sollte dann doch schon da sein. Natürlich muss auch die Angriffsfläche eines jeden Rapper dabei sein, also ihr könnt jetzt nicht mitmachen, ohne einen einzigen Song auf YouTube oder so zu haben. Ein bisschen Angriffsfläche muss natürlich da sein. Nochmal ein kleiner Aufruf an die Community. Wenn ihr irgendwelche Rapper sehen wollt oder generell Wünsche habt, dann schreibt denen doch gerne mal, dass ich so ein kleines 1-1 Turnier mache, wo ich einfach mal so ein paar Random Battles mache. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der auch Bock drauf hätte, aber einfach meinen Kanal nicht kennt. Und wie gesagt, es haben sich schon einige Leute bei mir beworben und die Fristen sind auch schon teilweise gesetzt. Die Runden kommen an jrbturnier.web.de. Das ist die offizielle E-Mail-Adresse des Turniers und wenn bis zur besagten Frist, also ich habe einen Tag immer festgesetzt bei den Fristen, wenn bis dahin die Runde nicht da ist, dann seid ihr offiziell disqualifiziert und dann wird halt die Runde des jeweils anderen hochgeladen als Exclusive. So, ich glaube das war's. Leute, wie gesagt, wenn ihr Rapper dabei haben wollt, die ihr kennt, die vielleicht noch ein bisschen unbekannter sind und denen ein Push guttun würde, schreibt denen gerne mal und sagt denen halt ein bisschen Bescheid und klärt ihnen ein bisschen über das kleine Turnier hier auf. Danke fürs Zuhören, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!